So, Depot von Hamre, Hamre, Hochi, Hochi, das Depot von Hochi, das Depot von Hochi, und wir spielen mit, ja eigentlich King Randoms, geil, hörst du eigentlich irgendwann heute mal auf zu fressen, ich hab einfach 8 Stunden Sport gemacht, 9 Stunden Sport gemacht, also jetzt halt mal die Backen, ja und du bist 10 Stunden am fressen, vor allen Dingen, was ist es denn für ein Kuchen? Apfelkuchen hat er schon gesagt, du hörst einfach nicht zu Alex, ich will nicht zuhören, das ist der Unterschied, guck mal wie da eine Typ heißt, der über Lukas kommentiert hat, oh, passend zum Thema, Oh, okay, Thüringer Klöße, die mag ich sehr, um Gottes Willen, wo sind wir hier gerade dann? Willkommen bei Hamre, du bist der Krieg, tut uns sowas an. Damit, hallo, willkommen, hallo, wir sind, was sind sie eigentlich? Behindert, was passiert hier gerade? Das sind die eigentlich, ich weiß nicht, wer wir sind, die schmecken mir am besten. Ähm, wie geht's weiter? Ja, wir müssen mal gerade warten, bis Lukas seine 5 Minuten durch hat. Deine 5 Minuten. Ich weiß den Text. Ja. Als ob du ihn je wusstest. Tauriger Smiley. Ähm, äh. Ha, 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 ha. Um Gottes Willen. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Idee zurückkommen, dass wir ihn umbringen. Also, es kann ja wie Unfall aussehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch wie ein Unfall aussieht, wenn wir zum Internet geplant haben. Ja, stimmt. Mit Granaten um mich. Obwohl, wenn man ihn in Köln umbringen würde, wenn er in Köln umgebracht werden würde, zu Karneval, dann wäre das im Prinzip, würde das ja unter Kriegsgebiet fallen. Boah, hallo. Und in Kriegsgebieten sind Verbrechen erlaubt. Der Krieg ist jetzt auch aber wichtiger. Deswegen schreiben wir lange Texte einfach. Ja, moin. Lukas. Ich röste dich. Ey, die haben ja hier auch Sand eingefügt. Nein. Lass mal hier eine Sandbohr bauen. Russa! Sandburg! Sandburg! Wo? Ah! Äh, das Epidome, das mal gesagt zu haben. Genau. Ich habe Verlangen jetzt eine Sandburg zu bauen. Ich baue eine Sandfestung. Steht sie am Strand. Ich baue einen Sandbunker. Das ist doch mal was Gutes. Vor allem der Vorteil ist, wenn du das an Stränden baust, dann kannst du halt auch direkt neue bauen, wenn die mal zerstört werden würden. Zum Beispiel von so Urgewalten wie nach Flut. Ich befürchte, die lassen sich sehr leicht zerstören. Ja, solange der Feind nicht mit Wasser ankommt. Zerstören! Lassen die sich die Bomben machen. Oder Bomben. Oder äh, Feuer. Oder irgendwas anderem. Hast du schon mal, hast du schon mal Sand abgefackelt? Ja, daraus wird ein Glas. Was? Ja, das, das, ich traue ihm halt das echt zu. PPD. Das ist immer noch aktiv. Oh, hier oben haben einer. Alex da oben. Auf der... Ich bin död! Warte, 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 der kriegt eine Granate oben drauf. Ihr könntet auch, ihr könntet ja rein hypothetisch das APC von dem mal weg machen, ne? Nein, nein. Nee, nee, nee. Komm, Gistel, wir nehmen jetzt, wir holen uns das APC. Och, nee. Tot! Den, den Typen nehmen wir auch noch mit. Und verderben. Oh, lol. Hier sind übrigens zwei APCs in seinem Punkt von dem. Ach, nee, sag los. Kann ich mir mal was dran machen. Hast du irgendwas, damit wir die APCs wegmachen können? Also, ich unlock jetzt eins. Du, du, du... Da ist ein Kerl. Schießt. Ja, warte, 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 kling ich... Nein! Jetzt... Ich unlock hier die Scheiße und kann nix machen. Ich bin stuck. Ist hier jetzt noch einer, ne? Ne. Oh, das ist der Scheißdeutsch, der das auch weiß. Hab. Hab. Sorry. So. Ein APC död. Die Arya of the Tiger. Ich bin jetzt zum ersten Mal grad gestoppt. Was? Die Arya of the Tiger? Die Arya of the Tiger, genau. Ja, wir sind ja die Deutschen. Also, wir repräsentieren jetzt die Wehrmacht. In dem... Egal. Und die Bundeswehr? Ne. Sieht das hier für dich aus wie die Bundeswehr? Wir nutzen nur beide das Balkenkreuz. Ah, das sind dann wirklich. Ah, aua, aua. Ah, das sind dann wirklich. Ah, das sind dann wirklich. Gis, möchtest du deine Witze bezüglich Sinning und mir nicht nochmal überdenken? Das ist Hand, ja. Ah, wow. Okay. Weil Lukas jetzt mit diesen... Mit diesen Sprüchen halt auch nicht... Nicht gerade... Eindruckend ist. Ja, das ist jetzt... Ja, genau. Hallo? Ich würde sagen, der ist nicht unbefleckt, aber das wirkte komisch. Hans Simulator. Hans? Wurst. Was zur Hölle? Was ein Vollidiot. Was ist ein Vollidiot? Oder er ist disconnected. Äh, ich bin hier. Man weiß es nicht. Ich bin hier. Man weiß es nicht. Ich lebe doch. Wow Sinning. Wow. Mach's doch besser, du schlöchchen Scheiße. Ich hab den weggeschossen. Sag dir mal auf, euch zu beleidigen. Du Stückel, du. Sind alle friedlich hier. So. Ich hasse dich, du Bast... Du netter Kerl. Peace and love. Einmal wieder Weihnachtenchen. Ja. Weißt du, dich in so einer... In so einer Hippie-Uniform. Das, das finde ich geil. Alter, ich geh nur auf die Passe. So, weiter geht's. Aber Hippies haben keine Uni... Warum fliegt Adrusse quer über die Hale? Warum spawnt eigentlich Karren? Gestört. Gestört, geil. Gut. Hippie-Uniform, ja, ihr habt recht, das ist ein Problem. Aber halt, halt Hippie-Klamotte. Und steht dann vor irgendwelchen Regierungsgebäuden... Make... Peace not love... Sehr schön. Not love. Make peace not love, genau. Das würde dir nicht stimmen. Das würde dir nicht stimmen. Ein Schwimmwagen hast, der nicht schwimmt. Wie im anderen Spiel. So ein Abzeichen habe, wo draufsteht, make war not love. Ey Leute, wir haben APC einen Punkt und noch eines hinterm Punkt. Ja, dann... Alexierst du, Alter. Was müssen wir machen? Alter. Ja, Happen. Aber, oben auf dem Container ist auch noch einer. Äh, da kommen noch welche bei dir gerade, ne? Ja, hier kommt einiges. Also hier müssen wir echt noch helfen. Da ist immer noch eins am Leben. Äh, ein näher. Im Leben. Ja, Alter, das müssen wir mal bereinigen. Das ist echt ein Problem. Was? Wir müssen was säubern? Ja. Auf jeden Fall. Okay, gut. Sauber und rein. Weißt du, und Lukas muss wieder übertreiben. Nein, ich übertreibs nicht. Ich spreche einfach aus, weil ihr zu, zu, zu Pussyhaft seid. So. Spiel ein Dankeschönkrieg. Ja, das ist komplett. Jawoll, Mapfixing, no problem. Was? Los, los, los. Bleibt drin, bleibt drin, bleibt drin. Wir fahren jetzt den ultimativen Außenway. Fabi fühlt sich nicht wohl, warum sind wir hier nach Steinwüste? Ah, Lukas, apropos fahren. Geile Mapfixes, ne? Lukas, apropos fahren, wie schaut's denn eigentlich mit deinen, mit deinen Felgen aus? Mein Treiber, ja. Ja. Ja, ich level halt, wir legen nicht mal den Pfarrer, aber ansonsten. Nein, das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht. Freilich nicht. Wie viele APCs haben wir denn da? Vorne ist noch eins. Alle auf dem Dingens, tot. Ja, danke. Bitte, es ist aber noch einer, glaube ich. Ich hab ja drei. Gut, sehr lecker. Ladies, das bin dein APC dran hier. Hast du das APC down, Alex? Ne, bin gerade einmal unlocken. Okay, ja. Da haben wir auch gleich. Start. Hier sind sehr, sehr viele Russen. Ja, ich merk es gerade. Ich geh das mal langsam an. Oh, hier kommt noch ein APC. Seine ist unlocked. Nein! Hier sind zwei APCs los. Was ist doch du? Du hast es unlocked wirklich? Hast du es unlocked? Ja, hab ich unlocked. Ich wollte aussteigen, dann bin ich aber wieder eingestiegen. Das ist noch eins. Ich komm mit Granaten. Armele. Ja, da ist ein neues angekommen. Ja, moin Jungs. Ja, moin. Hallo. Ja, moin. Ich bin der Kuba. Deutsche. Deutsche im Straßenverkehr. Hast du mich hier vielleicht irgendwo rauslassen? Nein, nein, nein. Wir fahren. Ja, Moment. Der ist voll rein. Oh, da ist einer! Der ist voll rein. Oh, ich wollte einen rauslassen und alle drei sterben. Nein, ich bin am Leben. Still alive. Ja. Wenigstens hab ich das hingekriegt, aber Lukas ist halt draufgegangen. Still alive. Ha, ha, ha. Danke für die mentalische Untermannung. Ja, das ist, das ist Sinning. Der leibt und lebt. Deswegen, deswegen hab ich den auch gestern klein und knufflig gebaut. Anni! 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 Das funktioniert noch besser, wenn man dem vorher in die Eier tritt. Automatisch lauter machen. Anni! 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 Warum steht eigentlich dieser Baum da? Ich verstehe, das sind Zaubersteine auf irgendwelchen Straßen, Schienen, alles. So, ich werfe mal Granaten vor. Ja, ich habe halt ein bisschen höheres Kaliber jetzt, ne? Ja, ja. Du kannst ja reinfeuern von hinten. Ja, das Problem ist, das vordere ist deaktiviert, das hintere ist halt aktiv. Oh, nee. Alter, das geht ja nicht. Ja, 95. SVT oben drauf. Alter, die sind alle links und rechts davon. Ja. Weißt du, das Beste ist, genau in dem Moment, wo ich dann da stehe, krieg... Ist egal, nicht misspauen, nicht misspauen. Das Ding war übrigens, äh, von irgendwem anders wurde es kaputt gemacht. Finde ich gar nicht mal schlecht. Das entspricht... So, noch ein Match und dann ist für mich Ende. Kein Bock auf Randoms. Ohne Teamabsprache, über 16, dann komm zum KPC. Add mich für mehr Infos, also edit Lukas für mehr Infos, nicht mich. Ja. Added Alex, alle nur Alex. Ja, wie war das denn gemeint, Lukas? Du kannst ja auch noch mal mit deiner Ambition machen. Wieso? Ist das der Standardtext, der immer eingefügt wird? Ja. Ja, spreche nicht drauf an, der hat das auf Shortcut. Moment. Moment, was? Der ballert dich gleich zu damit. Ich hab ihn aber nicht... Mist, doch! Er ballert uns dazu. Lass kurz dein... Okay, erstmal Lukas entfremden. Also... Äh... Ich hab nichts gekriegt, Gott sei Dank. Ich auch nicht. Weiter geht's. Mich hat er eingeschrieben. Warum hast du mich eingeschrieben? Melden. Im Prinzip. Cool. Anpinnen. Ich will das nicht anpinnen, ich will das melden. Vielleicht kann er auch Giseln zu stemmen. Nein. Mach ruhig weiter bei Alex. Okay, erstmal weiter. Bei Alex rein. Aber in der Zwischenzeit könnte Alex bereit drücken und dann anfangen. Da schreiben oder da schreiben.